Hallo, heute gibt es was Neues, aber das gibt es nicht hier, sondern auf dem Kanal Make-Up Coach Produkte. Also guckt mal bei YouTube, Make-Up Coach Produkte oben eingeben und dann erzähle ich euch hier drüber. Ha, was könnte das sein? Ich sage nur so viel, ich trage Mamas Liebling. Reingucken!